Hier seht ihr meinen kleinen Freund Chippy und Chippy habe ich im Central Park in New York fotografiert. Er ist plötzlich aufgetaucht, ich bin überhaupt kein Eichhörnchenfotograf, ich war auch nicht auf der Lauer nach ihm, sondern er war einfach da, ich habe abgedrückt, die Schärfe stimmt, aber die Gestaltung ist für ein Piep. Und ich will euch jetzt in diesem Film zeigen, wie man die Bildgestaltung etwas verbessern kann, wie man ein Bild etwas interessanter machen kann. Generell bin ich eher derjenige, der empfiehlt, dass man schon beim Fotografieren die richtige Gestaltung wählt, den richtigen Bildschnitt und so weiter. Es ist natürlich richtig, dass man lieber etwas mehr drauf nimmt als zu wenig, dennoch sollte man schon versuchen, möglichst passend zu fotografieren. In diesem Fall war mir das leider nicht möglich, da ich nicht diese Ausrüstung hatte, näher ranzugehen bzw. mit einem Teleobjektiv zu fotografieren. Es war mir nicht möglich, diese Aufnahme besser hinzubekommen und das passiert ab und zu und deswegen zeige ich euch jetzt mit Photoshop, wie man das etwas korrigieren kann. Und dazu werde ich auf das Freistellungswerkzeug zurückgreifen, mit dem ich die Möglichkeit habe, den Bildschnitt zu verändern. Ich habe jetzt hier beim Freistellungswerkzeug einfach mal erst einmal aktiviert, ich habe keine Presets hier mit drin, keine Seitenverhältnisse festgelegt, die es hier schon als Voreinstellung gibt. Ich möchte das Format beibehalten, alles was ich möchte, ich möchte näher ran. Und wenn ich jetzt hier näher rangehe und hier nach unten ziehe, dann geht man mal schnell in ein anderes Format über und dann hat man ein Problem, weil es dann vielleicht nicht mehr gedruckt werden kann oder wie auch immer. Ich möchte das Format beibehalten, deswegen ist für mich wichtig, dass ich jetzt erstmal die Shift-Taste gedrückt halte und dann gehe ich einfach mal näher ran. Und jetzt werde ich hier mal den Bildausschnitt wählen. Ich kann das Ganze auch wunderbar drehen, sodass das Ganze möglichst gerade ist. In der Zwischenzeit hat man eigentlich schon sehr viel Auflösung, die man nutzen kann. Das Blatt kann ich später noch rausreduschieren. Ich möchte hier möglichst nah ran. Ich werde ihn jetzt ein klein wenig, so ein Bilddrittel anordnen. Für mich ist jetzt wichtig, dass ich ihn nicht in diesem Bilddrittel anordne, denn er schaut dann in diese Richtung und wenn er hier in den geschlossenen Raum schaut, würde das von der Gestaltung her nicht so gut aussehen. Deswegen bringe ich ihn in dieses Bilddrittel. Ihr seht auch schon, in diesem Freistellungswerkzeug habe ich diese Drittelregel aktiviert. Je nachdem, welche Version ihr nutzt, habt ihr auch noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel den goldenen Schnitt. Da würde man dann eher hier liegen. Das sieht auch gut aus. Meistens habe ich dann aber doch diese Drittelregel. Die hilft mir ganz gut. Und ich kann anhand von diesen Linien auch schnell feststellen, ob das Ganze gerade ist. Hier würde ich eher die Position des Körpers danach ausrichten. Es müsste eigentlich jetzt schon ziemlich gerade sein. Und jetzt bestätigen wir das Ganze mal. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Und jetzt sieht das Ganze für mich schon viel, viel besser aus als das Bild. Wir sind näher dran. Natürlich habe ich jetzt ein paar Pixel weggenommen. Das kommt natürlich darauf an, mit was ihr fotografiert. Wenn ihr mit sehr wenig Auflösung fotografiert, muss man da ein bisschen aufpassen. Dieses Bild will ich im Internet zeigen. Von dem her ist es kein Problem. Ich könnte es auch noch locker ausdrucken. Ich könnte es auch noch hochskalieren und nachschärfen. Das würde alles funktionieren. Scharf genug ist die Aufnahme definitiv. Und von dem her finde ich das jetzt schon sehr, sehr gut. Und wenn wir uns jetzt einfach nur noch mal zum Vergleich die andere Aufnahme anschauen, dann finde ich, sieht das hier doch schon aus, naja, fast schon wie ein Schnappschuss. Und das hier sieht für mich wesentlich geplanter aus. Die Aufnahme kann man jetzt auch noch optimieren, indem man vielleicht den Fokus ein bisschen auf ihn bringt, indem man das Licht verändert. Und dann kriegt man da schon so eine, ja, vernünftige Eichhörnchenaufnahme hin. Man hätte sogar noch ein bisschen näher rangehen können. Fällt mir gerade ein. Wir machen es nochmal ganz kurz. Ich halte mal die Shift und die All-Taste gedrückt. Kann man das Ganze aus der Mitte heraus wählen. Und ich gebe ihm da noch ein bisschen Platz für seinen Schwanz hinten. Und dann schauen wir uns das jetzt mal an. Und jetzt sieht es noch näher aus. Und es sieht jetzt schon so aus, als wären wir sehr nah dran gewesen. Und das gefällt mir schon richtig gut, im Gegensatz zu diesem Bild. Ich zeige euch das Ganze nochmal an einem anderen Bild. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich das fotografiert habe. Das war irgendwo im Urlaub. Und hier sehen wir jetzt eine Landschaftsaufnahme, die mir eigentlich auch so ganz gut gefallen hat. Aber ich finde, die Aufnahme hat zu viel Himmel. Und gerade bei so viel Himmel, da passiert ja nichts. Da ist ja nichts irgendwie wichtig. Was wir unbedingt brauchen. Und wenn ich jetzt mal das Freistellungswerkzeug nehme, ich kann natürlich mein Seitenverhältnis hier eingeben, wenn ich schon mein Format weiß, das ich vielleicht zum Print brauche. Aber wenn ich mal nicht so fix auf den Print achte, kann ich auch mal ein mutigeres Format nehmen. Wie zum Beispiel jetzt hier fast schon so eine Art Panorama-Format. Und ich bringe jetzt mal diese Stadt hier zwischen die Drittelregel. Ich kann jetzt auch den Horizont hier in die Drittelregel nehmen. Dann habe ich aber immer noch sehr, sehr viel Himmel. Das möchte ich eigentlich nicht. Deswegen gehe ich hier ran. Und ich denke, so gefällt mir das jetzt schon ganz gut. Ist natürlich ein sehr außergewöhnliches Format. Zumindest mal für mich. Und daher für viele sicherlich gewöhnungsbedürftig. Aber auch das kann man natürlich machen. Überlegt euch einfach, wenn ihr ein Bild seht, was ihr in diesem Bild benötigt. Und bei so viel Himmel, bei so viel Hintergrund, finde ich das Ganze einfach überflüssig. Man hätte auch noch ein bisschen mehr mit Wasser drauf nehmen können. Leider war hier im Vordergrund relativ unspektakuläres. Ich glaube sogar eine Baustelle. Deswegen habe ich diesen Bildschinn jetzt so gewählt. Mit dem Gedanken, naja, ich kann ja später immer noch schneiden. Und so könnt ihr einfach mal durch eure Bilder gehen und einfach mal schauen, wie ihr diese gestalten wollt. Welches Format ihr wollt. Denkt immer dran, wenn ihr dann später einen Print wollt, solltet ihr vielleicht darauf Acht geben, was es denn für Formate gibt, um das Ganze dann auch auszudrucken, auszubrinden. Wenn es nur fürs Internet ist, ist es eh einfach. Dann könnt ihr das so gestalten, wie ihr möchtet. Querformatbilder sind meist etwas vertrauter für die Personen. Weil wenn wir im Alltag sehen, sehen wir auch eher Querformat als Hochformat. Bei Querformatbildern, wenn ihr Porträts macht von Menschen, ist meistens sehr viel Hintergrund mit drauf. Quadratische Formate sorgen oft ein bisschen mehr für Ruhe, Stabilität und Hochformatbilder ist optimal, wenn ihr ein Motiv zu sehen habt, eine Person, Oberkörper. Im Englischen nennt man das auch sehr gerne Portray-Mode, also Portray-Modus. Und das ist oft der Landscape-Mode, also Querformat-Landschafts-Modus. Okay, probiert es einfach mal aus und viel Spaß dabei. Und das ist einfach mal aus. Untertitelung des ZDF, 2020